Leid ihr, der ist ja nicht mal an, er hält sich wir, aber sind nicht alle ein bisschen Wir können lachen, obwohl das Leben mehr schwer ist, und trotzdem sitzen wir Harry's im Stuhl Und manchmal sitzen wir Harry's im Stuhl Das könnte schon das letzte Battle der nächsten Rackfinals sein, je nachdem die Luma und Ray jetzt auftreten Der Kapitän hat jetzt sein Mainfeature gewählt, während David schon die ganze Zeit verschickt Der Main halt Der Main halt, ja, der Haupt Der Mad Main Oh, und da hat der Dennis einfach mal den Luma rausgekickt Der zerberstende Anfänger Sehr zerberstend Dennis beweist immer wieder, dass Platz 27 nicht gerecht ist Ich bin viel geringer eingestuft und ich bin ja abgeteilt 28 mittlerweile? Mittlerweile, nee, das war die ganze Zeit Ich dachte, du warst immer 27 Nee, 3,7 von 28 Ah, ja auf jeden Fall gehört der Kapitän Hör eigentlich, mit David nicht Egal wer dieses Video sieht, wenn er aus dem Süden Deutschlands kommt oder ins Gegenteil braucht Ja, die aus dem Süden Deutschlands haben ja auch nicht so große Ahnung Wir sind ja auch schon Film ein großes scheiß Matchfilm Oh, ich filme schon die ganze Zeit, du Affe Ja, aber du musst aber auch die ganze Zeit das Matchfilm filmen werden Wenn ich irgendwie mal auf mich wechsle, dann muss ich ganz schön Ich hab ja gar nicht gesehen, warum ich mir das diskutiert Das ist jetzt noch sehr ausgeglichen Und da hat der Captain seinen T-Mate rausgehauen Mit einer wunderschönen Down-Smash Eine gute Attacke von Peach Oh, der D wird stark gerade Der D wird sehr stark gerade Schade Schade Ja, da wird der Raiden von der Lava gesetzt Aber der Captain ist gleich am Start Tim singt für uns Tim und seine Rockband Ja Wir hören eigentlich gerade Tim Genau Oh, sorry, man nicht da reinkommt Das ist halt ein Vorteil für mich Das ich da so übel schläge ich auch Oh, der Debit hat nur noch ein Leben Damit Zuma und Raiden wieder im Stop-Vorteil Aber da hat Zuma auch seine Person Oh, oh, der Raiden will zwischen Oh Schöne Aktion gerade von Raiden Leider nicht vollendet Was heißt hier leider? Gib du mich mal Boah, fuck Ja genau Leider nicht vollendet Fuck das Das wird noch spannend Komm schon, Lava Alle haben noch einen Stock Der Luma hat schon 116% Das könnte echt noch sehr spannend werden, bitte Aber da Aber da Der Debit ist rausgekriegt Der wird vorhin Oh, fuck Und da ist der Gammel vorbei 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 Siegaluma und Raiden Und wir werden mal schnell Der Jochen Der eigentlich Phil heißt Kapiel Der eigentlich Phil heißt, genau Und wen muss ich jetzt?